Frank Sinatra enthüllte die wahre Todesursache von Marilyn Monroe. In den letzten Lebensjahren von Frank Sinatra erinnerte er sich oft an seine vielen Lieben, Verluste und die Verbindungen, die er während seiner unglaublichen Reise als Entertainer geknüpft hat. Eine dieser Beziehungen, die ihn am meisten beeinflusste, war die, die er mit der verstorbenen Hollywood-Prominenz und berüchtigten Sexsymbolin Marilyn Monroe teilte. Während die Umstände, die an jenem schicksalshaften Tag im August 1962, als Monroe in einer angeblichen Drogenüberdosis tot aufgefunden wurde, wirklich passiert sind, etwas mysteriös bleiben. Sinatras enger Freund und ehemaliger Roadmanager Tony Opetisano erinnert sich, wie Frank glaubte, dass sie ermordet wurde. Ihm zufolge hat sich Sinatra auch nie vollständig von ihrem Tod erholt. Opetisano behauptet, dass Sinatra und Monroe sich zwar sehr nahe standen, aber kein Liebespaar waren, wie einige spekuliert haben. Sinatra fand Monroe charmant, schön und lustig, aber er erkannte auch, dass sie zutiefst beunruhigt, zerbrechlich und verletzlich war. Er konnte nicht einfach mit ihr schlafen und weggehen, wie es manche Leute konnten. Dafür war er viel zu sehr Gentleman. Obwohl sie nicht eng involviert waren, hat Monroe all ihre tiefsten, dunkelsten Geheimnisse mit alten blauen Augen anvertraut. Sie teilte ihm solche Dinge, wie die skandalösen Details ihrer Affäre mit John F. Kennedy und seinem Bruder Robert F. Kennedy von den Anfang mit. Als diese dampfenden und nicht zu vergessen berüchtigten Affären abrupt endeten, teilte Marilyn Frank mit, dass sie nicht verstand, warum sie sie so vollständig aus ihrem Lebensstrich, nachdem sie aufgehört hatte, mit ihnen zu schlafen. Ungefähr eine Woche vor ihrem Tod verbrachte Monroe Zeit in der renommierten Cal Never Lodge direkt außerhalb des malerischen Lake Tahoe. Frank hatte zu dieser Zeit die Mehrheitsbeteiligung an dieser Einrichtung. Was der Rest der Welt nicht bemerkte, war die Tatsache, dass sie nur dort war, um in wenig Zeit allein mit ihrem Ex-Mann Joe DiMaggio zu verbringen, der sich ebenfalls in der Gegend aufhielt. Sie plante sogar bekannt zu geben, dass sie und die Baseball-Legende öffentlich über eine Pressemitteilung, die sie eine Woche später veröffentlichen wollte, wieder zusammengekommen waren. Die Presse, die nicht wusste, warum es bei dieser großen Ankündigung ging, hatte angenommen, sie würde die bekannten Details ihrer Beziehung zu John F. Kennedy und Robert F. Kennedy preisgeben. Marilyn hätte nie die Bohnen zu diesem Thema verschüttet, weil sie immer noch Gefühle für John hatte. Offenbar glaubte Frank das, wenn sie diese Pressekonferenz nie einberufen hätte. Denn dann hätte sie wohl sehr viel länger leben können, als sie es tat. Nur wenige Tage nach ihrem vorzeitigen Tod überbrachte Sinatras Anwalt Mickey Rudden, der zufällig auch mit Monroe zusammenarbeitete, ihm die Nachricht, dass sie getötet worden war. Damals kursierte ein Gerücht, das sogar darauf hinzudeuten schien, dass die Schergen von Mafia-Boss Sam Giancana irgendwie an ihrem Tod beteiligt gewesen sein könnten. Einige dieser Männer behaupteten sogar, in gewissem Maße an ihrer Mordung beteiligt gewesen zu sein. Laut Orpedesanos Buch hatte Frank mehrere Quellen in der Nähe von Monroe, die ihm dieselbe Geschichte erzählten. Laut seinen Informationen wurde Monroe mit Nimbutal-Tabletten ermordet. Und entweder Robert Kennedy oder die Mafia waren beteiligt. Mehr als 5 Jahrzehnte später ist die Wahrheit immer noch schwer zu fassen. Unzählige Verschwörungstheorien sind seit Ewigkeiten im Umlauf. Aber Orpedesano gibt immer noch zu, dass er sie nicht beruhigen konnte. Was er jedoch zuversichtlich bestätigen kann, ist, dass Sinatra von ihrem Tod bis ins Grab verfolgt wurde. Godfather-Schauspieler Gianno Russo glaubte, dass RFK Marilyn getötet hatte. Russo spielte, wie Sie sich vielleicht erinnern, den Gangster Carlo Rizzi in den Godfather-Filmen. In seinem Buch Hollywood Godfather – My Life in the Movies and the Mob enthüllte Russo zahlreiche Details von Marlins Tod, die zuvor unter Verschluss gehalten wurden. Russo behauptete, dass er immer wieder eine Affäre mit Monroe hatte, die begann, als er 16 und sie 23 Jahre alt war. Um seine Behauptung zu untermauern, legte Russo ein Foto von ihnen zusammen in der Kallen Never Lodge vor, das nur wenige Tage vor ihrem tragischen Tod am 5. August 1962 aufgenommen wurde. Er behauptet weiter, dass der Kameramann, der ihr Bild gemacht hat, kein anderer als der Chicagoer Gangsterboss Sam Giancana war. Russo spekuliert, dass Giancana und der Mob Monroe ins Visier genommen haben, um an Präsident John F. Kennedy heranzukommen. Laut einem aufsehenerregenden Bericht der Daily Mail war der Plan, Monroe bei einem Dreier mit JFK und Robert zu filmen. Sie planten dann, das Band zu verwenden, um den Präsidenten zu erpressen, in Kuba einzufallen und die Casinos des Inselstaates dem Mob zurückzugeben. Aber als der Präsident nie im Resort auftauchte, mussten sie ein paar Änderungen an ihrem finsteren Plan vornehmen. Russo behauptet, Monroe habe Wind von der Verschwörung bekommen und gedroht, den Mob den Medien melden zu lassen. Als RFK von Monroes Plan herfuhr, plante er angeblich sie töten zu lassen, um ihrer Agenda ein Ende zu setzen. Russo ist davon überzeugt, dass nur Bobby derjenige gewesen sein konnte, der Marilyn töten lässt. Der Mob hätte es nicht getan, weil er sie viel zu sehr mochte. Sie wussten, dass sie den Ruf hatte, ein Partygirl zu sein. Sie hätten ihr nur ein paar Pillen füttern müssen und vielleicht ein paar starke Drinks und sie hätte mit so ziemlich jedem geschlafen. Laut Russo's Buch gab es einen Mann mit dem Spitznamen The Doctor, der sowohl ein Killer als auch ein echter Arzt war und er führte routinemäßig große Hits vor dem Mob aus. Er injizierte Luft in eine Vene in der Nähe von Monroes Schamgegend, was er schließlich eine Embolie bescherte und schließlich ihr Leben kostete. Aber für den Gerichtsmediziner sah ihr Tod nur wie eine gewöhnliche Überdosis Drogen aus. Hat sich Marilyn wirklich das Leben genommen? Die offizielle Geschichte besagt also, dass Monroe in den Wochen und Monaten vor ihrem Tod zutiefst deprimiert und unter enormem Druck stand. Sie hatte angeblich das Gefühl, ihr Leben nicht mehr unter ihrer Kontrolle zu haben, also brachte sie sich um. Aber ist das wirklich passiert? Nun, es besteht kein Zweifel, dass Monroe tatsächlich depressiv war. Aber reichte das aus, um sich gezwungen zu fühlen, ihrem eigenen Leben ein Ende zu setzen? Das ist eine Frage, die seit mehr als einem halben Jahrhundert heiß diskutiert wird und wahrscheinlich nie vollständig gelöst werden wird. Was wir wissen ist, dass sie Mühe hatte, mit den anspruchsvollen Verpflichtungen eines Stars Schritt zu halten. Und dass sie mit diesem Stress fertig wurde, indem sie sich auf eine kräftige Kur mit psychiatrischen und Freizeitdrogen verließ, um sich einigermaßen besonnen und ruhig zu halten. Also was denken Sie? Waren die Kennedys irgendwie ihren Monroes Tod verwickelt, um sie daran zu hindern, ihre Geschäfte mit ihr vor die Presse zu bringen? Oder war es der Mob, der sie ausgelöscht hat, um ihre Glücksspiel-Operationen zu unterstützen? Teilen Sie uns im Kommentarbereich unten mit, was Sie vermuten. Und bevor Sie gehen, zeigen Sie uns ein wenig Unterstützung, indem Sie diesem Video ein Gefällt mir geben und indem Sie unseren Kanal abonnieren, falls Sie dies noch nicht getan haben. Tippen Sie auf das Glockensymbol, um Benachrichtigungen zu aktivieren, damit Sie über alle unsere neuesten und kommenden Inhalte auf dem Laufenden bleiben. Wir werden Sie das nächste Mal für ein weiteres faktenreiches Video erwischen. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.